Es war ein ganz normaler Dienstag. Nichts deutete darauf hin, dass Thomas Gottschalk an diesem Tag mein Leben verändern würde. Im Moment drehen alle von Breakdance. Mr. Robot! Halt's los! 1985年東 Deutsch. 18-jähriger Frank war mit Breakdance. So Freunde, wir machen das genauso wie in der Bromz. Wisst ihr was, wir an den Gref gründen. So wie die Rockzellie-Kreffe. Das heißt nicht Kref, das heißt Crew. Was soll das heißen Breakdance? Das verbreitet sich in unserer Jugend wie ein Virus. Sind Sie der Meinung, dass die Straße der richtige Ort ist zum Tanz? Ja, wir tanzen diesen Tanz als Solidaritätsbekundung. Mit den Unterdrücken des kapitalistischen Systems. Wir machen diesen Breakdance sozialistisch. Zendai Minon, Breakdance! Das heißt, das ist ein sozialistische Breakdance. Geht Ihnen die Kurse in den FDJ? Ey, das hab ich nicht gesagt. Wenn Sie mal Probleme mit der Disziplin in der Gruppe haben, dann können Sie sich jederzeit an mich beinnen. Schautänzer, ja. Ist das alles, was du nehmen willst, ja? Das ist ein sozialistische Breakdance. Das ist ein sozialistische Breakdance. Das ist alles. Das ist alles. Das ist alles. Denn erstegei